Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zur neuen Aufnahme vom Supermarkt-Simulator. Ich war offline wieder so richtig fleißig, dass wir Geld haben, um uns die nächste Erweiterung und auch die nächste Lizenz erlauben zu können. Jetzt kommt nämlich Whisky und Wein ins Spiel, da freue ich mich schon richtig drauf. Außerdem müssen wir schauen, ob wir vielleicht schon die vierte Kasse integriert kriegen, wird aber sicherlich knapp, aber nötig wäre es. Gut, wir schauen einfach mal, auf geht's! Ja, und damit rein ins Spiel, sorry, nochmal kurz für den schwarzen Bildschirm, ich sag's immer wieder mal dazu. So sieht unser Laden aktuell aus, wir kennen ihn vom letzten Mal, erweitert haben wir ja da beim letzten Mal. Und heute wollen wir uns, ich gehe mal direkt rechts rum um den ganzen Suppe hier, wollen wir einmal die Erweiterung machen. Das kaufen wir jetzt für 40.000, ihr seht, ich habe 62.000 eingespielt. Zack, und dann ist das schöne Geld weg und dann kaufen wir uns jetzt direkt die neue Lizenz. Und zwar können wir, mittlerweile bin ich Level 70, könnten wir sogar die anderen drei neuen Lizenzen haben. Da kommt dann zum Beispiel Hunde- und Katzenfutter ins Spiel oder auch Bücher zum ersten Mal, auch ganz spannend. Allerdings sind die natürlich mit 22.000 auch ziemlich teuer. Wir würden jetzt erstmal wieder hier ganz normal weitergehen und wie gesagt Whisky und Wein heute dazu holen. Außerdem gibt es noch ein Wodka, aber lass uns mal angucken, wir kaufen das Ganze mal. Und jetzt haben wir noch 9.800 zur Verfügung. Dann gehen wir mal direkt in den Markt und schauen uns die neuen Produkte an. Ich habe den Laden auch nicht vollgebutzt, nur das Nötigste, was wir brauchten, damit wir das jetzt eben quasi zusammen machen können. Also, was kommt? Einmal das Bier und zwar ein Bier, eine Bierflasche Lager einzeln. Das ist ein zweites für den Kühlschrank. Da gibt es ja schon eins. Da bestellen wir mal zwei Kartons. Dann gibt es das Sixpack Lager. Da bestellen wir mal zwei. Dann das Fastbier Lager. Okay, bestellen wir auch zwei oder drei brauchen wir da eigentlich. Den Wodka, ein neuer, ein zweiter, bestellen wir zwei. Und jetzt kommt hier Whisky und Wein. Passen jeweils zwölf Stück in die Theke. Ja, brauchen wir eigentlich auch zwei. Ich sehe aber gerade, dass wir schon die zehn erreicht haben. Aber ist egal. Wir nehmen jetzt einmal hier den Whisky. Bestellen das Ganze. Dann bestellen wir den Whisky nochmal und zweimal den Wein. Denn wir brauchen ja jetzt Möbel. Das heißt, wir werden uns jetzt hier auf jeden Fall zwei neue Regale holen. Warum mache ich vor allem zwei? Weil, das zeige ich euch auch mal ganz gern. Ich hätte gerne einen weiteren Auffüller eingestellt. Das ist aber nicht möglich, weil wir hierfür 13 Regale brauchen müssen. Wir haben bisher elf. Also insofern die zwei brauchen wir auf jeden Fall. Und da das sowieso alles ins Regal kommt, nehmen wir die jetzt mal auf jeden Fall dazu. Wobei, sorry, lassen wir uns mal kurz nochmal auf die Produkte gucken. Der Wodka, den kriegen wir mit dem anderen Wodka dazu. Ich glaube nämlich schon fast, dass wir drei Regale brauchen. Ob wir die überhaupt stellen können, ist die andere Frage. Nee, komm, wir holen die jetzt erstmal so wie geplant. Und dann gucken wir uns auch erstmal alles an. So machen wir das. Der neue Platz ist nämlich jetzt hier hinter entstanden, bestimmt. Ich nehme mal den Kühlschrank weg, so ist es. Tada, da ist es doch. Was mein Plan wäre, der erste Versuch, den wir jetzt mal machen. Wir werden jetzt mal die Geschichte hier versuchen, so hinzustellen. Also sprich, die Geschichte, damit wir die Kühlschränke da hinten an die Wand putzen. Oder, ach nee, das war jetzt noch eine andere Überlegung, dass wir daraus eine Kühlschrankwand machen. Also sprich, die hier so herstellen. Ja, das würde mir eigentlich besser gefallen. Wollen wir denn auch die Kühlschränke da noch? Komm, lass uns erstmal gucken, dass wir da hinten die Ecke nutzen. Dann haben wir die Sachen auch hier raus. Ähm, der Süßkram. Ich fange mal mit dem hier an, weil das so ist. Der Süßkram dann um die Ecke. Da finden wir ja vielleicht immer wieder mal noch eine schönere Geschichte. Was steht jetzt hier? Das war der Kühlschrank. Naja, dann kommen nämlich die Chips erstmal daneben, wenn es denn passt. Natürlich nicht. Dann muss man schon wieder mit so einem Eckchen arbeiten. Oder wir stellen sie gleich gegenüber. Das wird jetzt wieder ein bisschen frickelig heute, aber... Freuen wir uns ja drauf. Also ich zumindest. Ich hoffe ihr auch. Wir haben hier die Regale, ne? Du hast mal eben ihn hier raus aus der Optik. Wir könnten natürlich auch hier die Regale jetzt verlängern, ne? Und zwar, das wäre jetzt die Idee, hier anzusetzen. In der Fliese. Ich gucke mal, ob das passt. Ja, aber das passt hier mit nicht. Da müssen wir hier nochmal ein bisschen rüber. Das kann man ja echt manchmal schwer sehen, ne? Die Höhe wäre okay. Jetzt ist wieder die Frage, ob ich das Ganze hier erwischt habe. Ja, so ziemlich. Kann man mal durchgehen lassen. So, das wäre das eine. Ja, ich stocke gerade. Weil es ja schon so ist, dass wir auf jeden Fall kein zweites hier hinkriegen. Ist also jetzt nicht die optimale Lösung. So gegenüber. Oder wir müssen den Gang kleiner lassen. Aber es ist natürlich schön, dass wir hier so den Laden quasi mit größeren Gängen und so weiter... Aber wir kriegen echt Probleme. Ich muss zum Beispiel hierfür, für die beiden, muss ich eigentlich auch eine neue Truhe holen. Die müssen alle in einem. Sonst, der Laden wird uns ab und zu mal so leer gekauft. Ihr glaubt es gar nicht. Das sehen wir ja dann nachher hoffentlich. Dass das nicht so ganz funzt, wie ich mir das eigentlich vorstelle. Ne, komm, wir werden das mal hier rauslassen und werden das hier rüber tun, wie gerade gestellt. Das sind die Kühlschränke. Jetzt holen wir mal eben die hier raus. Ich stelle die jetzt einfach mal nur so hier hin. Weil ich mit dieser Kühlschrankfront da jetzt mal was testen möchte. Und zwar war jetzt die Überlegung. Was haben wir da? Da ist die Plöre. Ja, fangen wir ruhig mal hier an und versuchen da einen kleinen Gang zu lassen. Jetzt hier quasi gegenüber. Ich muss mich wieder anders hinstellen. So. Hier so. Mit dem gegenüber putzen. Dann ist der Gang wieder ziemlich knapp. Okay, dann können wir aber gern nochmal ein Stückchen zurückgehen. Hier hin vielleicht. So, dass die links und rechts jetzt an die Kühlschränke gehen. Hier durchgehen können. Ob sie das müssen und ob wir das nachher noch lassen, das weiß ich noch nicht. Das gucken wir uns gleich an. So, da wäre jetzt optimalerweise, dass wir drei Kühlschränke dahin kriegen. Kriegen wir auch. Wir haben den Gang hier. Ist lang genug. Alles gut. So, dann haben wir hier nämlich noch einen Kühlschrank. Wir haben ja das eine Bier für den Kühlschrank auf jeden Fall da. Kühlschränke haben wir jetzt fast zu viel. Eigentlich müssen wir mehr auf die Regale achten. Aber so von der Art her könnte man das erstmal so lassen, oder? Finde ich schon. So, dann hätte man nämlich hier Platz für die Regale. Und wenn wir die jetzt weiterhin, was hatten wir jetzt da? Da sind die Chips. Da ist das. Da kommen jetzt eigentlich nur noch Getränke. Insofern ist das eigentlich relativ wurscht, was wir da ran rufen. Ah, nicht ganz. Ich würde den Tee jetzt erst nehmen, weil auf der anderen Seite vom Tee, genau, da ist nämlich der zweite Kaffee. Oder der erste Kaffee, wie auch immer. Setzen wir also dann da wieder an. Na, näher ran. Wenn wir den jetzt hier dran machen, wird es damit im Gang schwierig. Andere Option wäre, die beiden vor Kopf zu setzen, die beiden, die wir da noch hätten. Denn hier haben wir ja jetzt ein bisschen Platz und könnten jetzt rein theoretisch die Schränke so stellen. Gucken wir das mal an. Ob das final jetzt die Ware ist. Aber da hätten wir auf jeden Fall gut Platz für. Da hätten wir jetzt wieder einen schönen breiten Gang. Könnten hier noch zwei Regale auf jeden Fall dran machen. Die wir ja auch gekauft haben. So, das würde mir dann schon mal grundsätzlich gefallen. Wir müssten wahrscheinlich hier... Und dann noch da hoch. Gucken wir mal hier dann auf die Geschichte. Damit wir das gleich haben. So, dann lassen wir uns mal die beiden neuen Regale holen. Und ich glaube, dass ich damit schon mal ganz zufrieden bin. So, dann hätten wir die neuen Regale. Und wenn wir die gleich nochmal umräumen, wollen wir das anders machen. Aber das würde mir jetzt erstmal gefallen. Das passt schon mal ganz gut. So, die Kühlschranke aber sind jetzt das nächste Thema. Wir brauchen nicht so viele. Wir brauchen eher noch Regale. Dann können wir doch eher versuchen, die Kühlschrankfront hier weiter zu machen. An der Wand. Das gucke ich mal eben wieder thematisch. Wir haben jetzt hier die Plöre. Lass uns die Biere mal... Ich glaube nicht, dass wir vier da hinkriegen. Die Biere mal nicht nehmen. Sondern, was war das jetzt hier? Ja, fangen wir ruhig mal hier an. Wie weit wir hier gehen können. Damit da noch jemand drankommt. Rein theoretisch, der kommt da dran. Das wäre okay. Schön ist die andere Frage. Komm, dann lass uns da mal mit dem anfangen. Vielleicht haben wir ja da noch ein bisschen Platz gewonnen. Weil hier können wir ruhig durchaus mehr oder weniger komplett dran gehen. Das stört ja nicht, genau. Und dann gewinnen wir vielleicht ein paar Zentimeter. Ja, Tumor, das sehe ich doch schon. So, dann ist es auch ein bisschen lockerer da hinten. Natürlich könnte man da jetzt noch einen halben Kühlschrank reinputzen. Aber das möchte ich ja eben nicht. Ich möchte ja, dass es wenigstens noch ein bisschen gut aussieht. Gut, dann hätten wir nämlich hier noch die Möglichkeit für noch zwei weitere Regale mindestens. Ne, wir würden mit zwei arbeiten und dann können wir den Kühlschrank nämlich wieder davor putzen. Also, wir drehten es egal jetzt mal, was das Thema Lieferkosten angeht. Wir wollen jetzt hier auch fertig werden. Na, die Schnelltaste verpasst. So, entweder machen wir die jetzt da komplett auch dran, dann haben wir aber eine Riesengeschichte. Oder wir lassen, Entschuldigung, kurz zum kleinen Gang dazwischen. Würde auch für den Kühlschrank reichen, wenn wir den noch seitlich dahin machen. So, ungefähr so. Wenn wir ihn nämlich jetzt dann davor setzen, wie wir das ja schon ein paar Mal ganz gut gekriegt bekommen haben. So, ich störe wieder. So, zweite Regal. Na, der Gang ist aber ein bisschen sehr schmal. Gucken wir uns das erstmal an. Ja, wir können mit dem noch ein bisschen hoch. Wenn wir das hier aufnehmen, haben wir noch genau diese Leiste hier. So, dann ist der breit genug. Allerdings haben wir jetzt gerade da nicht richtig gesetzt. Aber das sind alles jetzt nur noch Feinheiten. So, und jetzt den da dran, dann bin ich erstmal zufrieden. Ob wir dann die eine Kühltruhe, die ich noch optional gerne hätte, noch dahin kriegen, ist die andere Frage. Guck mal, das hier können wir noch eben machen. Dann sehe ich gerade und dann ist es wirklich so, wie es sein soll. Dann können wir endlich die neuen Produkte holen. So, gucken wir mal vom Weiten. Ja, man läuft hier so ein bisschen vor diesem Kühlschrank vor. Aber das ist ja diese Kühlschrankfront. Ja. Ist so, ob ich da gleich noch ein paar Zentimeter irgendwann mal nach da gehe oder so, weiß ich nicht. Das kann ja durchaus passieren. Aber hier haben wir es relativ luftig und schön. Haben vier neue Regale und da können wir doch jetzt schön mit anfangen. Schön. Gucken wir mal von hier. Ne, gefällt mir. Ja, die eine Truhe, ne. Da weiß ich auch noch nicht so ganz. Oder ich musste wirklich dann hier, das ist sowieso schon ein Kompromiss, der hier. Aber hier passt noch eine dazwischen. Vielleicht müssen wir den Kompromiss auch schalten. So ein bisschen muss man es gehen, weil man kommt sonst nachher einfach nicht mehr zu Potte. Gut, dann holen wir uns mal die neuen Produkte rein. Von jedem erstmal ein Kartönchen, damit wir wissen, was wir alles noch hatten. Das war einmal der Whisky. Das ist auch der Whisky. Und den können wir auch übereinander stellen. Das ist der Wein. Che bon, che bon, che bon. Dann haben wir hier dieses Lagerbier. Okay, das ist ja in den Kühlschrank. Da können wir Platz schaffen bestimmt, dass wir alle drei von den Dingern da reinhauen. Das muss jetzt nicht sein, dass wir dafür einen eigenen Kühlschrank haben. Dann ist es das Sixpack. Ja, richtig. Nochmal Sixpack. Dann gibt es natürlich auch hier Fässer. Da braucht man auch mal vier Platz für. Also die gehen ja auch dann relativ schnell und gut weg. Können uns vielleicht die Fässer auf eine Seite räumen. Mit beide Sorten. Weiß ich aber noch nicht so ganz. Die sind jetzt farblich blau. Die anderen waren ja so gelblich. Ja, dann haben wir noch einmal bestellt. Da haben wir Nick und Dennis. Ihr bekommt heute und dann nochmal den anderen Wodka. Ihr bekommt heute Zuwachs. Ich hoffe, dass wir beim Wodka eine Dings frei haben. Ne, natürlich nicht. Da müssen wir jetzt mal einen alten Wodka bestellen, damit wir die eine Flasche da rauskriegen. Da machen wir nämlich zwei, zwei auf jeden Fall. Haben wir denn dann alle? Außer, dass da nochmal Wodka liegt wahrscheinlich. Ja, und dieses Flaschenbier. Okay, das können wir uns merken. Ja, dann. Die Milch, die passt ja auch wieder mal überhaupt nicht. Aber das kennen wir ja auch schon, das Spiel. Vielleicht können wir uns die Milch hier komplett auf diese Geschichte erlauben. Oder auf der Rückseite. Wäre vielleicht noch besser. Dann sieht es nämlich nicht so aus. Also lass uns die Milch mal noch zusätzlich bestellen. Ja. Wir bestellen jetzt einmal die Milch Sechser. Und zwar dreimal ruhig. Dann wollen wir die Blonden, die packen. Hätte ich gern. Zweimal die, zweimal. Und was war da hinten noch? Ah, der Wodka. Der alte. So, dann nehmen wir uns nämlich auch den Wodka. Hui, da gibt es wieder alles. Mal direkt in die Hand, dass da nie was kaputt geht. So, wir haben davon Flaschen Wodka. Und wir haben, also wenn wir jetzt hier den Wodka hinmachen würden, beide Sorten. Daneben den Whisky und ein Wein. Aber dann haben wir nachher, ich kann ja noch nicht einschätzen, wie viel Whisky verkauft wird. Lass aber mal ganz kurz gucken, wie wir da reinpassen. Also gerade vor dem Wein, wie viele Flaschen passen da nebeneinander. Ja, eine ganze Dings. Okay, und vom Whisky? Dasselbe. Ja, sogar noch, ja doch, ja. Auch aus wie eine Öllampe irgendwie, ne? Da müssen wir uns jetzt entscheiden. Also, ich würde gerne einen Whisky, also die teuren Sachen in Kassenschauweite macht man ja glaube ich auch so, ne? Außen dem Wodka dementsprechend auch. Wenn wir jetzt Wodka, Wodka, Whisky, Wein machen würden. Das was doch auf eine bringen. Wodka, Wodka, Whisky, Wein. Haben wir die zwei noch frei? Für die beiden Fassbiere vielleicht? Und wären hier die beiden Six Packs, hätten wir das noch mal frei für was anderes. Das können wir auch immer gebrauchen. Ja, wir machen es so. Ich glaube, dass wir das machen sollten. Dann lass uns das doch so angehen. Das ist die eine, der andere Whisky ist auch hell, ne? Hell mit rot. Ja, hell mit blau und hell mit rot. Ist eigentlich egal. Ja, dann lass uns erst mal gucken, wie das hier hinhaut. Dann fangen wir mal an umzubauen. Na, die eine Flasche bitte noch. Das können wir schon mal wegschmeißen, weil wir haben noch genügend davon. Dann machen wir aber direkt daneben mal den neuen. Wir werden uns gleich mal einen Karton aufbewahren, nicht? Dass wir da wieder irgendwie nichts umräumen können, wenn wir uns doch noch mal anders entscheiden. Und zwar den Karton, den stellen wir mal hier um die Ecke. So. Sieht ja schon mal dominant aus, ne? Dann haben wir gesagt, Whisky und Wein. Rot. Ich mach das mal bewusst so, um nachher überhaupt zu sehen, ob wir das so stehen lassen wollen. Aber die Flasche ist jetzt etwas kleiner. Da geht es nämlich schon los. Rein theoretisch müsste man mit der so anfangen. Ist jetzt kleinkariert, aber ihr wisst, so ein bisschen monkig habe ich was von, ne? Und dann, wenn dann möchte ich es auch richtig haben. Ist ja keine große Sache. Na, gefällt mir aber auch mit dem Wodka daneben besser. Weil, rot, dann blau, rot. Irgendwie sieht das gerade gut aus. So. Na. So. Jetzt. In hier zwischen. Ach. Sind ja die anderen Flaschen da raus. Oh ne, die sind gar nicht weg. So, kann es auch weg. Gefällt mir das schon mal. Grundsätzlich, auf jeden Fall, gut. Die ist halt ein bisschen kleiner. Das sieht man dann eben schon, aber ist dann nochmal eben so. Jetzt können wir uns entscheiden, ob wir die dicken Fässer daneben machen. Oder letztendlich die dicken Sixpacks. Beides ist irgendwo nicht ganz optimal. Oder die Milch dahin. Eigentlich wollte ich sie ja verstecken, damit es damit nichts zu tun hat. Aber so ein bisschen ist die ja auch versteckt. Die Milch. Und die passt vielleicht dann auch besser hier so zu diesem Zucker, Puderzucker und sonst wie. Ja, ich glaube, das wird mir besser. Weil die Fässer sind ja richtig dick, wie man sieht. Dann würden wir die Fässer hier hin machen und die Sixpacks hier hin machen. Gucken wir mal eben. Wir haben ja Milch bestellt. Holen wir uns mal welche. Wenn die jetzt hier neben wäre. Sie passt halt nirgendwo hin. Deswegen ist es grundsätzlich völlig gut, wo sie ist. Ich glaube, da sollten wir jetzt nicht so viel Trara machen. Wir machen das mal so. Wenn mir das jetzt irgendwie nicht gefällt, dann räume ich halt irgendwie nochmal um. Aber wir machen das jetzt mal so. Weil die Fässer eben durch ihre Voluminösität eben auch groß sind. Und das ein bisschen besser zu der Thematik hier hinten passt. Vielleicht hier so. Hier, was weiß ich. Honig, Milch, Butter, Brote. Das ist ein bisschen so Frühstücksthema. Ich versuche es ja immer so ein bisschen zu thematisieren, was aber nicht immer geht. Achso, da machen wir die Seite natürlich auch. Holen wir uns aber erstmal die anderen Fässer rein. Dann können wir die Fässer abbauen. Nämlich die hier. Und die machen wir jetzt wirklich hier hin. Weg damit. Nämlich wollte ich gerade nicht. Dich brauche ich nochmal. Warum ich das jetzt mal eben abstelle? Dann bin ich mal eben hier. Nee, brauchen wir ja gar nicht. Da kommt ja was Neues rein. Alles gut. Ich wollte die Etiketten abmachen, bevor ich irgendwas ins Lager schleppe und Dominik oder Dennis sich das wieder rausholen. So, dann kämen die Sachen jetzt hier hin. Ich würde das auch mal so machen. Dann haben wir die blauen an der Seite. Und die gelben dann schließt das Ganze ein. Sieht vielleicht auch ganz nett aus. Das ist jetzt wirklich nur so ein bisschen Optik. So, dann kommen wir zu den beiden neuen Artikeln. Und ich nehme mich zwar schon mal mit, aber mich interessieren jetzt erstmal die neuen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich dich da noch rein kriege. Ist relativ voll geworden. So, erstmal Deepax. Deepax Mode. Was für ein schlechter Gag. Muss ich ja selbst zugeben. So, und dann mal eben die großen Fässer in Blau. So, das meine ich damit. Gelb schließt Blau ein. Fände ich das schön. Das war auch natürlich die Option, die beiden Blauen als ein Thema zusammenzusetzen, die beiden Gelben als ein Thema zusammenzusetzen. Weiß ich auch nicht, ob mir das so oder so besser gefällt. Ich bleibe jetzt mal bei der Geschichte. So, der dritte Karton, aber dann können wir auch erst dich nehmen. Bitteschön. Und dann ihn hier. Gut. Dann haben wir die jetzt alle unter. Blieben noch die kleinen Flaschen. Und wir haben, wie gesagt, jetzt hier noch eine Möglichkeit, was anderes sind zu machen. Und das können wir mal eben machen, bevor die das nachher einräumen. Machen wir mal die Etiketten weg. Dann putzen wir dich jetzt auch mal eben hier rein. Da müssen wir jetzt erst mal lange nichts bestellen. Da haben wir jetzt richtig viel von. So, dann nehmen wir uns nämlich auch hier diese kleinen BK-Biars mit. Und daher hoffe ich jetzt, dass wir hier irgendwo was frei haben. Natürlich steht jetzt überall was drin. Aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Würde ich gerade, wo wir sie hin machen. Und dafür 3, 3, 4 könnten wir das jetzt aufteilen. Da müssen wir aber doch tatsächlich erst mal das andere bestellen. Damit wir da frei hinkommen. Und zwar machen wir da einmal die Lagergeschichte. Bestellen wir uns 2. Und von den Blonden bestellen wir uns auch 2. Ich gucke aber mal eben, was jetzt die Entscheidung ist, was wir hier hinräumen noch. Also welche Produkte bräuchten wir noch doppelt platziert. Also bei dem Reis, aber der würde auf der Seite jetzt auch irgendwie nicht hinpassen. Also wir ziehen den kompletten Reis darüber. Der Reis ist noch so eine Sache. Mayo und Ketchup ist übrigens noch so eine Sache. Aber das steht auch irgendwie für sich alleine. Wenn ich jetzt mal so durchgucke. Hier diesen Reiniger. Aber wir haben ja jetzt hier eine komplette Reinigergeschichte. Das können wir jetzt nicht machen. Aber der braucht eigentlich dringend. Oder man muss ihn mehr im Lager haben. Das ist natürlich dann auch eine Möglichkeit. Ja, habe ich jetzt noch so keine Idee für. Muss ich einfach mal mich ein bisschen tummeln. Mache ich gleich. Machen wir wie folgt. Wir räumen das jetzt hier ins Lager rein. Wir bestellen jetzt das, was ich jetzt gerade vorhatte. Und dann machen wir die. Zack. Da wollte ich gar nicht hin. So ein Monitor wollte ich. So, bestellen die vier jetzt mal. Damit wir das einräumen können. Dann würden wir zusammen die Preise machen. Und dann würde ich einmal den Laden auffüllen. Und dann machen wir nämlich zusammen auch den Laden auf. Dass wir nämlich da auch das dann gemeinsam erleben. Ich mache die mal oben voll. Und da voll. Und hier unten. Das geht es wahrscheinlich wegen ein paar Dingern nicht auf. Da habe ich mir fast gedacht. Na komm, dann machen wir das jetzt mal so. Wir haben wir auf nach und nach dann auch. Na, die wollte ich nicht. Die vier da unten würde ich gerne haben. Wie komme ich jetzt an die dran? So, dann haben wir jetzt die gleich einlagern. Das hier können dann das Neue schon werden. Aber da müssen wir das erst mal abverkaufen. Die kriegen jetzt auch gleich noch eine andere Präsenz. Na, mit denen können wir da jetzt das rausräumen. So, dann hätten wir dann hier noch zwei frei. Wobei, dann können wir die ja so machen. Das muss ja, 3, 3 muss ja irgendwie über Eck gehen. Naja, bringt ja sowieso nichts. Also, Schild wegmachen. Sonst dürfen wir die anderen in den Plan. Ja, dann drohen wir den noch schnell da rein. Und dann machen wir die Preise. Und ich putze dann den Rest voll. Gut. Dann schauen wir mal, was das alles kostet. Bleiben wir doch mal direkt bei dem kleinen Fläschchen. Die anderen kosten 2,50 und 4,75. Schon sehr unterschiedlich. Und der kostet 2,9. Da machen wir 2,50 draus. Auch wie das hier. So, die Fässer. Die kosten jetzt hier 26,50 am Markt. Wir machen jetzt mal 27,50. Was kosten die daneben? Auch 27,50. Das passt ja. Die haben wir 8,25 gemacht. Mal gucken, ob wir da auch mitgehen können. Ne, die sind wesentlich teurer. 13,4 sind 13,25. Gut. Dann der Wodka. Der eine kostet 11,50. Hier sind 13,70. Also 14,50. Also 14,00 Euro. Und der Wein. Gespannt. 15,27. Kostet bei uns 15,75. Gehen wir mal ein bisschen drüber. Und der Whisky. 22,39. Na ja, da kommen wir. Dann gehen wir auch 22,50. Machen wir 3,84 gewinnen. Ja. Das ist doch erstmal schön. Und gefällt uns das Ganze jetzt hier. Wir haben jetzt doch keine Truhe dazu bekommen. Wie gesagt, das wäre jetzt eigentlich dringend notwendig. Dann haben wir jetzt hier so ein Kompromiss, dass wir zwei Truhen hier stehen haben. Und was ich ja mit der Kasse sagte. Also wir brauchen echt. Die Kassen sind manchmal auch voll, wenn ich kassiere. Das kommt ab und zu bei den Menschen oben als Sprechblase sozusagen. Also wir brauchen fast eine vierte Kasse. Allerdings. Ja. Ihr seht es hier. Ich müsste hier diesen Platz hier haben. Was wollen wir jetzt dafür verschwinden lassen? Das ist schon verdammt schwierig. Ich hoffe und ich würde uns mal in die nächste Erweiterung rein retten. Dann haben wir das Eckchen. Und dann müssen wir echt beim nächsten Mal wahrscheinlich gar keine Lizenz. Sondern eben nur die vierte Kasse und alles ein bisschen umswitchen. Ja. Und das wird verdammt eng. Ja. Wir gucken mal. Die nächste Lizenz ist geltlich gesehen. Liegt die bei. Nicht Lizenz. Wachstum. Bei 52.000. Ja. Vielen Dank fürs Gespräch. Wir können aber jetzt. Warum können wir die noch nicht einstellen? Wir haben die Regale doch gekauft. Wer hat das noch nicht drin? Müssen wir mal gucken. Ob der einen Tag dafür braucht. Eigentlich wollte ich jetzt den dritten Auffüller einstellen. Na ja gut. Auffüllen ist das Thema, Leute. Ich mache mal eine kurze Pause. Ich putze den Laden jetzt mal voll. Und dann gucken wir gleich zusammen weiter, wie das denn auch abläuft hier mit unseren neuen Produkten. Bis gleich. So, liebe Leute. Es ist soweit. Wir können wieder. Ops. Falsches Bild. Sorry. Wir können wieder reingehen in unser Laden. Ich habe noch mal ein paar Ideen gehabt. Das ist ja manchmal gut, wenn man sich so ein bisschen zurücksetzt. Und ich habe wie folgend entschieden. Ich habe erst mal die beiden Regale, die hier sind, auseinandergezogen nach hier. So haben wir alle Getränke zusammen. Haben wir halt hier einen Gang statt da. Das ist ja auch nicht schlimm. Und dann habe ich den Reis hier rausgezogen. Hier unten die Milch hat übrigens Dominik nochmal aufgefüllt. Müssen wir gleich mal dran denken. Da habe ich das Schild nicht schnell genug weggekriegt. Hier kommt natürlich auch noch Reis hin. Und dann ist das auch komplett hier mit einer Reistheke. Auf der anderen Seite haben wir jetzt die Milch mit dem Püree. Das Püree war ja auch so ein bisschen irgendwie lost. Egal, wo man es hinstellt, passt es irgendwie nicht so richtig hin. Und ich finde so ein bisschen Milch und Püree. Man braucht ja um Püree zu machen Milch. Also tut man ja eigentlich da rein. Von daher so ein bisschen passend. Und die Milch ist natürlich dann auch zu den anderen Getränken. Und auch zum Kaffee und so weiter. Und zum Tee tut man ja auch rein. Von daher fand ich das hier noch besser letztendlich. Dass die beiden jetzt hier auch so zusammenstehen. Auf der anderen Seite ist ja auf jeden Fall auch nice. Dann habe ich die beiden Regale gedreht, wo der Reis drin war. Weil ich hatte ja dann da eine ganze Einheit frei. Und das nächste, was eigentlich immer wieder leer ist, sind diese Soßen, sagte ich ja schon mal. Und deswegen habe ich das gedreht. Das Brot kann problemlos mit dem Honig und Erdnuss hier hin. Und hier haben wir jetzt die Soßen ausgeweitet nach rechts. Denn neben den Nudeln kann man natürlich Ketchup machen. Nudeln mit Ketchup ja auch ganz klassisch. Insofern haben wir jetzt die Soßen zusammen und die Nudeln zusammen. Das passt doch auch sehr gut. Was habe ich hier hinten noch gemacht? Hier war ja dann das Püree drin. Das habe ich alles eins nach oben geschoben. Deswegen war es schon gut, dass wir da eine Pause gemacht haben. Das ist ja immer eine Menge, was man da dann hin und her schiebt. Und dadurch habe ich den pinken Puderzucker komplett in eine Theke gemacht. Und den Susu, also den alten Puderzucker auf eine Theke. Ja, und die beiden wären jetzt noch optional. Aber da haben wir jetzt eben nichts mehr für Platz. Aber grundsätzlich haben wir dadurch wieder zwei Artikel, die wir nicht so häufig bestellen müssen oder auffüllen müssen. Also vor allem bestellen müssen. Das nimmt uns ja immer die Zeit. Auffüller haben wir ja. Aber grundsätzlich passt das so. Ja, so denke ich mal, ist das jetzt richtig nice geworden. Ihr wisst, ich könnte jetzt hier noch 20 andere Theken reinmachen. Dann sieht der Laden aber erstens enger und zweitens hässlicher aus. Und ich versuche ja dann schon irgendwie so mit meinem eigenen Gewissen auch sagen zu können, das sieht hier schön aus. Die Thematik mit der einen Truhe habe ich dann auch umgesetzt. Wie gesagt, das ist dann ein Kompromiss, den ich hier schlage. Ich kriege die Truhe sonst nirgendwo anders mehr hin. Dann ist es eben so, dass wir jetzt hier keinen Gang haben. Und damit haben wir einmal die grünen Bohnen doppelt und hier das Gemüse doppelt. Denn das war auch dringend notwendig. Gut, dann können wir den Laden nämlich jetzt mal eröffnen und schauen auch mal, wie es geht. Wir können auch unsere Rechnung bezahlen, weil wir noch gerade 741 Euro haben. Da bin ich jetzt gespannt, ob das vielleicht mit dem nächsten Tag passiert. Kann ja sein, dass das System dann sagt, okay, jetzt hast du deine 13 Regale und damit ist gut. Die Rechnungen sind jetzt 247 Euro einmal hier für Personal und Licht und sowas alles, glaube ich. Ich weiß gar nicht, was da alles so drinsteckt. Und die Miete liegt jetzt bei 185 Euro. So haben wir jetzt noch 308 Euro zur Verfügung. Gut, wo sind die ersten Kunden? Da kommen sie schon angestratzt. Momentan immer so zwischen 70 und 80 hat man da am Tag. Das kann natürlich jetzt um je nach Vergrößerung, je nach Produkte auch noch mehr werden. Warum wollen sie nicht hinein? Wir hätten wunderschönen Puderzucker im Angebot. Gut, na gut, dann eben nicht. Aber jetzt hier die Getränke dann auch. Ich habe auch noch mal jeweils eine dazu bestellt, dass wir jetzt nicht alles voll haben. Ich sage es ja immer wieder, man kann komplett den Laden jedes Regal voll putzen. Dann hast du natürlich eine ganze Menge Kapital, was dir dann wiederum fehlt, um vielleicht andere Dinge zu machen. Aber gut ist, ach mal, was mir übrigens gerade noch einfällt, sind die Lampen mal wieder. Wir wollen da Arme merken. Ich komme, ich putze da mal zwei Stück rein, bevor ich das gleich auch vergesse. Die brauchen wir aber jetzt nicht dringend bestellen, oder? Kommt, wir bestellen sie. Kommt, was sind die? Zwei Euro sind jetzt auch egal. Dann haben wir es gleich auch schön hell. Denn die Ecke ist ja jetzt so gar nicht beleuchtet. Einmal hier. Alle, die für zuerst mal zugucken. Mit den Lampen ist das so eine Sache. Die kriegt man irgendwie nie auf einer Reihe. Deswegen sind die hier so mehr oder weniger kunterbunt. Aber das ist nicht entscheidend. Ja, und dann, wie gesagt, beim nächsten Mal, vierte Kasse wäre notwendig. Und dann müssen wir das Eckchen dafür nutzen, um einfach alles aufzuschieben und keine Lizenz zu holen. Bedeutet also, was habe ich vorhin gesagt? Ich hatte das schon mal angeschaut, dass wir dann für den nächsten Wachstum brauchen wir 52.000 Euro. Oder Dollar ist das ja hier in dem Fall. Ja, Pantao. Dann gehen wir da einfach mal rein. Also es kann durchaus sein, dass ich das nächste Mal dann keine Aufnahme mit der Erweiterung mache, sondern das alles verschiebe und ich dann mit der nächsten Lizenz das zusammen vorstelle. Oder es kommt vielleicht zwischendurch ein Update. Also muss man mal gucken. Dann sind wir ja sowieso, versuche ich dann da online zu gehen. Ach, die Kasse habe ich noch gar nicht eröffnet. Deshalb kommt auch keiner zu uns. Dann dürft ihr jetzt zu mir kommen, ihr lieben Kunden. Und die ersten neuen Produkte sehe ich ja immer sehr gern. Dann dürfen wir auch gerne über die Theke gehen. Da hinten ist gerade zwei Flaschen Whisky schon mit Ketchup. Das hatte ich auch so überlegt, das ein bisschen zusammenzustellen. Es gibt ja so Ketchup-Sorten, die irgendwie so mit Whisky und so, aber da waren uns schon sehr spacey-ge Gedanken. So, guten Tag, die Dame. Bei Ihnen sind es jetzt 88,75. Vielen Dank. Reis. Ja, da müssen wir jetzt auch nicht mehr so viel auffüllen, beziehungsweise bestellen. Bei Ihnen 86,75 passend. Vielen Dank. Das ist die Plurre. Die bunte Plurre nenne ich es immer. Ich denke, in jedem Artikel irgendwie, ich muss das bestellen, das bestellen. Ich habe übrigens bei einem von euch so eine Mod gesehen, dass man den Computer mal mit sich tragen kann. Also kein Laptop, sondern wirklich dieses Ding kann man überall öffnen. Ich weiß nicht, ob ich das alles brauche. Noch habe ich mich da nicht reingeguckt, was es da überhaupt für Möglichkeiten gibt. Ich möchte erst mal mit dem Grundspiel spielen und da freue ich mich natürlich vor allem auf die nächsten Updates des Z-Entwicklers. Und dann schauen wir mal weiter. Fand ich jetzt aber auch nicht so spannend, dass ich den PC überall im Laden öffnen kann. Also die paar Meter wieder zum PC laufen, ist schon in Ordnung. So, der neue Wodka geht hier dreimal über die Theke. Sehr schön von der Dame. Dann macht es bei Ihnen insgesamt 86,50. Vielen Dank. Die beiden warten noch auf jemanden, der sich vorgedrängelt hat. Das sind Sie. Guten Tag. Ja, nicht ganz so nett, ne? Trotzdem einen schönen Tag für Sie. So, das neue Bier ist bei Ihnen dabei. Der neue Sixpack 169,25. Danke. Auch Sie haben den Sixpack. Auch einen wunderschönen guten Tag. Und den neuen Wodka. Das ist auch schön. Dann passend 188,75. Dankeschön. So, dann seht ihr auch jetzt schon so ein bisschen im Hintergrund, wie voll die anderen Kassen sind. Also es ist schon so, dass man die drei Kassen auf jeden Fall aufhaben muss. Manchmal fällt mir auf, dass ich irgendwas nicht bestellt habe. Oder früh am Tag, die Kunden sagen, das Toilettenpapier ist nicht mehr da als Beispiel. Dann flitze ich nochmal raus, aber schon direkt ist das Problem. Weinflaschen guten Tag, zweimal. Und schon siehst du, wie die Kassen, wenn es die Leute schreien, Kassen sind voll und das, ja. Man muss einfach an alles denken. Und wenn man es nicht hat, dann ist das an dem Tag dann mal so. Oh, die blauen Packungen gehen aber auch ganz gut, ne? 52,50. Ich muss das Licht wieder anmachen. Sie schwören auf den alten Wodka. Auch das kann durchaus seine Berechtigung haben. So, eine Sekunde. Ich mache mal eben das Licht an. Das ist schön, dass ich das echt nur mich drehen muss. Die neuen Fässer habe ich noch nicht gehabt. Fällt mir dabei gerade an. Dabei sind die anderen Packungen gut. Habe ich den Preis vielleicht vergessen? Das ist also ein bisschen seltsam. Aber nein, wir hatten doch alle Preise, ne? Ziemlich sicher. Aber dann schreibt der auch. Der gibt auch unten einen Tipp, dass du irgendwas nicht für irgendwie Geld verkaufst oder keinen Gewinn machst. Irgendwas sagt der dann. Hat er ja auch noch nicht. 50 Cent. Danke schön. Bei ihm sind es 67 Euro. Ich danke. Ich habe auch manchmal das Gefühl, umso mehr man in den Level geht, umso mehr kaufen die Leute. Also ich habe da irgendwie mehr Artikel, das Gefühl. Aber ich kann sie auch täuschen. Manchmal hast du natürlich auch nur einen, der eine Sache kauft. Aber die Häufigkeit, dass Menschen mehr kaufen, ob es falsch ist, die finde ich eigentlich, kommt mir das so vor. Sagen wir es mal so. Weiß ja nicht, was der Entwickler da für Ideen hatte. Auch ob du, was weiß ich, ob weniger Kunden kommen, wenn du irgendwie volle Schlangen hast, dass das irgendwie eine Negativgeschichte ist. Würde ich gerne mal wissen. Guck mal, die kauft dir zum Beispiel nur einmal Öl. Aber das Brot will gebacken werden. Da sind auch die Großen jetzt hier mal. Sehr schön. Dann sind es bei ihm 138,75 Euro. Der Laden ist in noch eine halbe Stunde offen, aber es kommen ja auch immer noch Leute rein. Immer noch Picke, Packe voll. Die vierte Kasse ist sowas von nötig. Das müssen wir nächstes Mal einschieben. Und bis zum nächsten Mal bin ich ja offline noch lange unterwegs. Also da werde ich das eine oder andere sicherlich auch hier gemeckert kriegen. Aber wie ich gerade sagte, weiß ich nicht, ob das irgendwelche Auswirkungen hat. Dreimal den Reis. 19,50 Euro. Dankeschön. Der hat den Whisky da mal. Jetzt haben wir aber, glaube ich, alle Artikel auch mal gehabt. Da hinten die Kassen sind voll. Seht ihr das? Ja. Da ist auf jeden Fall keine Option, einen dritten Kassierer einzustellen, denn sie sind ja alle noch viel langsamer wie ich. Also von daher brauche ich ein zweites Ich eigentlich. Oder wenn man die Mitarbeiter, das wäre ja jetzt auch eine Idee, aufwerten könnte, dass sie schneller werden. Aber da sind ja noch so ein paar Sachen eben offen, die noch kommen sollen. So, 86,75 Euro. Und eine Zahl, die man da zurückzahlt. Guten Tag, die Dame. Bei Ihnen gibt es heute Kartoffelsalat. 70,50 Euro. Dankeschön. Jetzt haben wir auch wieder viel Reis kassiert. Vielleicht auch, wenn man die Artikel mehr aufbaut. Haben wir ja jetzt mit dem Reis gemacht, dass da noch mehr gekauft wird oder so. Dass die Masse irgendwie die Leute reizt. Aber es sind alles nur Vermutungen. Ist auf jeden Fall gut. Zum Beispiel der Reiniger, der braucht auch, hatte ich ja vorhin glaube ich schon gesagt, der braucht dringend eine, eigentlich eine komplette Theke. Oder man muss ihn eben genug auf Vorrat haben. So, wir haben schon wieder 7.200 drin. Und wie gesagt, ein paar Laden, obwohl der Laden offiziell geschlossen hat. Ein paar Kunden sind ja noch hier. Was findet er nicht? Das Shampoo ist aus. Ja, auch das Shampoo. Man kann alles auf einer Theke bauen. So ist es nicht. Aber es sind doch offensichtlich manche Artikel, die da besser gehen und wo nicht so viele drauf passen oder so. Von dem Reiniger passt ja zum Beispiel weniger da rein wie vom Shampoo. So, wir gucken uns gleich die Ecke nochmal an. So ein paar Leute sind da aber noch, die sich vielleicht bei mir anstellen wollen. Und er hinten hat wieder ein Problem. Seht ihr? Das müssen wir auch gleich regeln. Da war ja das Gemüse drin. Jetzt, Entschuldigung, die Bohnen, jetzt nur das Gemüse. Anscheinend hat er das noch irgendwie verinnerlicht. Das ist ja der Bug, mit dem ich schon mal gesagt habe, mit dem man leben kann, weil man es eigentlich erledigen kann. Er stockt nämlich jetzt da hinten. Ne, die restlichen sind auch nicht mehr in unserer Gegend. Dann lass uns, na, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte hier aus der Kasse und die Kasse schließen. So, was können wir denn für dich tun, Dominik oder Dennis? Euch kann ich leider nicht unterscheiden. Da würde jetzt, guck mal, der hat die groben Bohnen in der Hand, weil die da mal waren. Das ist richtig. Hab ich denn jetzt zufällig das Gemüse? Ich kann ja jetzt nichts bestellen. Da wird das Gemüse hier noch rumliegen. Dann könnte ich das da mit rausziehen. Aber ne, dann wäre es ja aufgefüllt. Müsste eigentlich nicht. Ne, dann müssen wir das, dann müssen wir das morgen einmal machen. Oder aber, was man auch machen kann, das ist jetzt nicht so wild, lass ihn da unten hinten ein bisschen rumzappeln. Man macht jetzt einmal das Spiel aus, speichert also und macht es aus und startet nochmal neu. Dann lassen die sowieso die Kartons fallen und dann ist das Thema auch erledigt. Also von daher, das machen wir dann über Nacht. Ja, Nacht ist ein Thema. Ist die Helligkeit okay? Ja, ist alles in Ordnung. So, der Püree, Milch ist dann nicht so gut verkauft worden. Davon haben wir schon gesagt, ist ganz gut weggegangen. Dann doch auch ein paar von den Geschichten, diesen Fässern. Hier habe ich noch gar nichts von weg. Ne, tatsächlich, alle 15. Vielleicht sind die zu teuer. 2,9. Ja, man kann 2,25 machen. Gehen wir mal runter. Das ist eigentlich auch eher so die Richtung. Ja, Wein, Whisky so ein bisschen weggegangen. Ganz schön. Ja, sieht doch gut aus. So, ich würde gerne was für dich tun, aber ich kann das selbst als Etikett nicht wegmachen. Vielleicht, wenn ich den Preis kurzfristig ändere, kann ja auch mal sein, dass das irgendwie einen Effekt gibt. Ne, auch nicht. Na, dann machen wir das aus den anderen Wegen. Dann zappeln wir ein bisschen. So, einen Kunde haben wir nämlich noch und dann können wir den Laden auch quasi uns mal angucken, was wir verdient haben. Hat er hier vielleicht, guckt man, ne, doch nicht. Manchmal räumt er ja falsche Dinge noch ein, aber alles gut. So, der Herr noch, wir haben 8.500 Euro auf dem Konto, auf dem Konto. Das meint, man geht schnell, aber jetzt füllt man ja wieder auf, wie ich vorhin sagte, dann nimmt man sich den Cashflow ein bisschen. Wenn man nicht alles richtig auffüllt, wo man denkt, ah, spars ein bisschen Cashflow, dann hast du nachher nichts auf die Theke, verkaufst du nicht, auch schlecht. Also, wir enden mal diesen Tag. Das waren jetzt 84 Kunden, zwischen 70 und 80 ist es immer, also ein Ticken mehr ist es wieder geworden. 8,4 im Umsatz, darauf können wir noch mal nicht gucken. Also, sehr nice. Was wird teurer? Schwarzer Tee, Apfelsaft, Wodka und Galetschinken. Schwarzer Tee, Apfelsaft und Wodka. Schwarzer Tee ist hier. 5,50. Wodka, welcher jetzt von beiden? Der auf jeden Fall. Gucken wir uns den aber auch mal an. 13,70, 14, passt. Dann Galetsch, irgendwas mit dem Schinken. Das ist die Geschichte. 12,88 passt, dann kann es der nur sein. Ja, der wird günstiger. Sogar 9,75 Euro. Und Schwarzer Tee, jetzt habe ich das zweite schon wieder vergessen. Wodka, das kann ich mir merken, das andere nicht, gucke ich mir gleich an. Aber gut. Ja, ich hatte übrigens auch mal überlegt, ob wir das Lager vergrößern, aber ihr seht es jetzt hier relativ leer nach dem Tag. Und dritten Auffiller würde uns auf jeden Fall helfen. Gucken wir, ach das gucken wir jetzt mal, ob wir das jetzt machen können. Noch abschließend. Einstellen. Ne, immer noch nicht. gekaufte Regale. Wir haben doch jetzt zwei dazugekauft. Wir sollen nur elf Regale haben. Das kann doch irgendwie nicht stimmen. Wir haben doch mehr wie elf Regale. Eins, zwei, drei, vier. Da brauche ich gar nicht durchzählen. Also wir hatten vorher elf und haben dazugekauft. Das sind mehr wie elf. Keine Ahnung, was das ist. Ob das auch ein Bug ist. Ich habe bei anderen schon gesehen, dass vier Auffiller da sind. Also von daher, das müssen wir mal beobachten. Wir gucken einmal ganz kurz, auch wenn wir beim nächsten Mal wahrscheinlich wirklich nur das Wachstum machen, aber so eine nächste Lizenz von diesen, die in 56 nötig wären, da kämen jetzt nochmal ein paar Besan dazu, nochmal einen weiteren Käse, einen Streichrahmen, der war jetzt relativ neu, dann nochmal neue Nudeln, nochmal einen neuen Reis, sieht da, dann sieht es da hinten schon wieder anders aus, nochmal Zuckerrohr, okay, und Joghurt im Zweiten. Ja, dann, das ist ja eine komplette Mischung von wieder was anderem. Da kommen wir ja überall mit dem zweiten Joghurt, muss ich zum Beispiel die eine Theke da raus, damit der zweite Joghurt da rein. Ja, das wäre dann auch nochmal eine größere Geschichte. Und dann kommen die neuen Produktlizenzen, wo ich sage, die ja nochmal etwas teurer sind. Aber das alles dann beim nächsten oder übernächsten Mal, wie gesagt. Das hat auch ein bisschen mit den Updates zu tun. Aber ich sage, ich finde meinen Laden schön. Ich hoffe, euch gefällt der auch. Ja, breite Gänge braucht das Land. Trotzdem eine ganz gute Sortierung. Die Thematik passt eigentlich auch. Nicht immer alles perfekt. Dich kriegen wir gleich schon entsappelt. Und ja, dann wird die vierte Kasse ja nötig sein. Das hatten wir ja schon gesagt. Aber das dann alles beim nächsten Mal. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Und euch gefällt es genauso wie mir. Mir gefällt das Spiel Bombe. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. Ciao, ciao.